Ja, einen wunderschönen Tag, Leute. Da sind wir wieder mit Lands of Law, the Throne of Chaos. Wieder an der gleichen Stelle wie beim letzten Mal. Wieder mit den netten Fliegengeräuschen und... ...wir machen uns auf und suchen die mal. Oh! Und hier haben wir schon mal wieder den Feuerball gesehen, der Gott sei Dank an uns vorbeigeflogen ist. Scheint, als wenn die eine Menge fallen. Hier geht's hoch. Hmm. Du musst da mal schnell durch. Boah, hat geklappt. Und wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt sind wir hier oben. Okay. Ja, also diese Masken, da kommen die Feuerbälle raus. Die, soviel ich weiß, nicht tödlich sind. Oh, aber fast, wie ihr seht. Schnell den Silberkelch holen. Bevor die Fliegen auch noch da sind. Hallo, wo ist er denn? Da ist er. Ja, also wer das nicht weiß, dass der Silberkelch das Leben wiederherstellt, der hat hier echt ein Problem. Äh. So, wohin jetzt? Unten könnte ich noch hin. Ja, muss ich wohl noch mal hingehen. Vielleicht sind da ja auch die Fliegeviecher. Hm, wo war das denn? Ich glaube hier. Da. Irgendwo hier unten. Ah. Rüchige Wand. Können wir wieder einschlagen. Das ist ein ordentliches Lübchen. Nicht hinlegen. Aufmachen. Salbe. Oh, für sowas habe ich eigentlich gar keinen Platz mehr. Ich schmeiß mal dafür die Aloe weg. Ein Bezelring. Den nehmen wir mit. Den ziehen wir auch direkt an. Und sonst ist nichts da. Oh, aber ich höre schon wieder ein Feuerball fliegen. Der ist bestimmt hinter uns. Ja, da kommt er. Und da ruckelt auch ein bisschen das Spiel. Das wundert mich eigentlich. Die Feuerbälle fliegen nicht flüssig. Und... Uh. Der hat auch gesessen. Und ja, wir können jetzt eigentlich nur noch hochgehen. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich von hier gekommen bin. Ich würde fast sagen, ja. Hm. Nochmal heilen. Ich schaue lieber zur Sicherheit nochmal. Ich bin mir echt nicht sicher, aber... Ähm. Da das... Der andere... Aufgang hinten lag, wo die ganzen Fallen waren. Ja, genau. Also hier bin ich hergekommen. Wieder runter da. Und nochmal da hin. An den ganzen Fallen vorbei. Oh, da sind auch die Fliegen. Wo kommen die denn jetzt her? Na komm, wir machen mal einfrieren. Hier. Ach ja. Hallo. Du sollst doch zaubern. Na okay. Nehmen wir ihn. Axel, wie immer. Auf den ist Verlass. Die ist vergiftet. Auch kein Problem. Und er will sich abmachen, oder was? Nee, natürlich nicht. Wo kommen die denn jetzt alle her, die Dinger? Na komm. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Auf einmal sind sie alle da. Ist mir eigentlich nicht bekannt, dass Lands of Lore diesen Monster-Reset hat. Also, dass ich irgendwie, was weiß ich, die Monster in den Stockwerk umhau, runtergehe, wieder hochgehe und die Monster sind wieder da. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Aber jetzt, das gibt's doch gar nicht. Da kommen schon die Nächsten. Egal, hauen wir einfach platt. So. Jetzt hab ich mich aber schon wieder total desorientiert. Ach Gott, ich bin da noch falsch gelaufen. Also, zurück. Ja, falls ihr nämlich, äh, dem LST zugeschaut habt, der Eye of the Beholder gespielt hat, ich muss sagen, der hat echt, äh, der konnte sich echt gut da zurechtfinden. Während ich absolut... Ah, okay, den müssen wir fressen. Aber kurz wieder heilen. Während ich hier eine Orientierung habe, eigentlich, ähm, ohne GPS geht hier gar nichts. Und mein GPS ist ja hier der nette Atlas, Gott sei Dank. So. Jetzt erinnere ich mich noch, dass wir einfach nur hoch mussten. Und irgendwo hier war's jetzt, glaube ich. Oder? Ich glaube, jetzt bin ich schon wieder zu weit gegangen. Nee, hier unten. Hier unten, glaube ich. Ja, da ist es. Da gehen wir hoch. Und hoffentlich kommen, kommen wir irgendwie weiter. Hier geht's nur noch wieder runter. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Entschuldigung, wir suchen eine Kür für den King Richard of Gladstone. Pferden! Ja, wie darfst du sprechen, bevor du eine Offenbarung bestandest? Geh durch den Offenbarung da und place deinen Trinket auf den Altar. Gefordert, irgendwie ein Tribut erstmal abzulegen. Ähm, was können wir denn da hinlegen? Hm, gute Frage, die da Bacata stellt. Eigentlich kann es ja nur eine Sache sein, weil ich glaube nicht, dass der auf Waffen oder so scharf ist. Ich glaube, wir müssen leider den Silberkelch abgeben. Hat wohl gepasst, sehr schön. Und lasst uns jetzt das Elixier holen. Hi, ich bin Laura von Grisbul. Wo gehe ich jetzt? Wenn deine Kumpanien fertig sind, wirst du hier warten. Wir suchen eine Kür für den King Richard of Gladstone. Ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Nein, ich will answer that Query. Fate hat mich zu diesem Wettbewerb und ich muss auf diese Kürze und mit der Kürze gehen. Du musst du fünf specialen Kürze. Erstens, du musst du die Kürze, die Kürze, der Schlechse, der nicht lebte. Next, du musst du den Kürze, der Schlechse, der Lieben. Your third ingredient must be collected from the deadly depths. Lastly, you will need powders taken from the heart of your mother. This has been inscribed on a scroll for you. Thank you. Well, so long, Laura. Best of luck to you. Thank you very much for your assistance. All Grisbel owes you a debt of gratitude for leading me through those dreadful caves. The Master has spoken. You must leave now. First, you must butcher the creature whose flesh has never lived. Next, you must see the sweetness of your enemy. Your third ingredient must be collected from the deadly depths. That's right. You will need powders taken from the heart of your love. Yeah, four Zutaten müssen wir besorgen. And I think that can really take a while. Now you see, Laura is out of the team. I would have to take the rapier and everything to take off. I forgot. We will, I think, so come here. Here we are not going to go. And now we just need to go here, I think. We will, I think, we will have to unravel the Draugröcke's riddle before we can assemble any of the ingredients. Let's return to Gladstone. Maybe one of the council can figure this out. Yeah, you see, there are a lot of people who are out there. And there are a lot of people who are out there. Oh, I don't have enough blood. So, come. Now we will heal him. I think with Level 3, Heilung, we can also be able to heal him from the gift. So is it. Here was a great deal from the past. A few episodes. Vorher, was ich ja relativ schnell gelöst habe, einfach mal durchgeklickt. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen, oder? Ich voll depp. Ja, fast richtig. Habe leider die falsche Abzweigung genommen. Also hier runter. Hoch und jetzt einfach... Nee, hier nicht. Oh, jetzt versperrt er mir den Weg. Komm. Ist eine drauf. So. Zack, zack, zack. Hier müsste es rausgehen. Ja, hier geht es auch raus. Dann würde ich sagen, nochmal schnell eine Rast einlegen. Och. Killin, Bad, Kata. Hat nicht gereicht. Ja, okay. Das reicht. Jetzt aber nochmal vollheilen. Dann nichts wie raus und wieder zurück in die Burg. Auf nach Gladstone. Müssen wir jetzt eigentlich wieder im Wald sein, oder? Oh, was haben wir denn hier? Das ist natürlich ein tolles Empfangskomitee, aber die tun wir alle gleich mal wegfriesen. Ha! Und was die alles liegen lassen? Wahnsinn! Hmm. Können wir den Stein mal wegschmeißen. Können wir alles verkaufen? Wie haben diese Orks den Timothys Koinzack? Was? Die Orks hatten den Geldbeutel von Timothy? Oh je, oh je. Das kann ja nichts Gutes heißen. Die können wir auch mal kurz auffüllen. Die Salbe nehmen wir hier mit. Und noch einen Streitkolben. Ach, die Menschenknochen braucht auch keiner, dann lieber hier. Oh ne. Timothys, was ist passiert? Bacata, ist das Arkshell? Gladstone hat fallen. Skosja und die Dark Army haben verletzt King Richard's body. Dank goodness, Dawn's Magic Shroud still protects ihn. Aber wir haben den Elixir, oder zumindest eine Rezepte für ihn. Entschuldigung einen Moment. Diese Arrows ist... ziemlich... ...nagierend. Arkshell, du musst find den Council. Nur die vier Chäden können die Schraude öffnen. Und die Anwendung der Elixir geben. Erinnerst du, du musst den König schützen. Und verletzt den Skosja. Wir werden ihn einfach wegnehmen? Wir können ihn irgendwie helfen? Der Tod ist so oft schrecklich. Wir lassen uns zumindest den pooren Mann mit seiner Dignität. Dann können wir wo wir beginnen? Können wir diese Fähigkeiten finden? Wie geht es mit dem Rubik? Und wo ist der Kanzel? In Ordwager, sie haben meine Frau Dorn in Oppenwood gebracht. In diesem Fall, wir müssen uns auch nach Lake Dredd gehen. Dann gehen wir in die Marina und sehen, ob wir ihn finden können. Bis dann!